Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Islands of Inside mit Misa und Helter, hi. Ihr habt wieder eure Lösung, so. Falls ihr Hilfe braucht bei dem Spiel und ich glaube manche brauchen Hilfe. So, da haben wir es. Endlich, ab. Weg von dieser. Versteckte. So, okay. Ne, ich bin noch nicht fertig, noch nicht weg. Ich brauch noch zwei Rätsel. Was? Welche Rätsel brauchst du denn noch? Wenn ich das wüsste, hätte ich es dir gesagt. Hast du die da oben gemacht? Die ich dir geschickt habe. Welche Ruhm? Da, wo wir vorhin nebeneinander standen. Wo standen wir nebeneinander? Ja, die. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ich komme noch mal gucken. Ich bin schon mal auf dem Weg. Nein, das daneben nicht. Das habe ich aber geschickt. Das stimmt. Ihr seid mal wieder nicht hingeguckt. Ob jetzt aber nicht, weil ich jetzt das mache. Ich hab's. Oh, komm. Den hast du. Hast du denn jetzt den Würfel? Was für den Würfel? Den letzten ist ein Dreieck. Den dreieckigen Würfel. Ja, den habe ich jetzt. Nein, hast du. So, das Rätsel haben wir auch. Hast du das da im Wald? Äh, äh, was denn das? In diesem kleinen Waldstück da hinten. Mach mal ne Markierung hin. Habe ich. Markierung, 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 Markierung. Habe ich die auch schon geschickt. Das ist wahrscheinlich wohl das, was ich meine. Ähm, nein, das habe ich noch nicht. Ah, das ist so. Ah, das ist das mit den zwei, zwei hintereinander. Okay, gut. Der ist durchgleich. So, wie ist das das? Entschuldigung. Zack. Endlich von dieser verkackten Insel runter, ey. Und da, da, das mache ich nicht mehr. Hm. Oh. Vergiss es. Super. Wusste alles weiß. Fertig. Ah, das ist wahrscheinlich so. Drei. Also, ich habe nichts gegen, äh, durch Kreise fliegen, ne? Aber bitte nicht über eine ganze Insel verteilt. Hä? Man muss da oben denn noch was? Leck mich doch. Wir müssen da oben. Leck mich. Hä? Leck mich am Arsch. Ich gehe rüber. Tschö. 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 Wie hab ich so schön sagt. Den haben wir auch. So. Gott, was ist das im Riesenkreis? Äh. Musste den? Ein Elefant hat einen Ring. Eine Kronung auf dem Kopf. Da ist auch noch ein Ring. Bing. Oh, da ist ein schönes Rätsel. Das mache ich. Oh, toll, ein tolles Rätsel. Ein tolles Rätsel. Elting verräts, die wir lösen konnten, ohne dass wir Hinweise benutzen müssen. Hä? So, okay. Warte mal, wie soll das denn gehen? Das geht nicht. Hä? Ein schönes Rätsel. Oh, verdammt. Aber dann muss es ja irgendwie andersrum gehen. Dann muss es ja irgendwie... Nee, das geht ja auch nicht. Hä? Hä? Ah. Ah. Ganz geblieft. So. Fertig. Ganz geblieft das Rätsel. Aha, auf die? Du musst nur mit die Puzzle. Du musst nur mit die Puzzle. Nein, hau nicht wieder abgeblüßt, muss ich das Ding kommen. Ach so. Alles klar. Hast du es geschafft? Wir wollten ja einfach mal ein schönes Rätsel. Das muss auch denn mal sein. So, äh, wo müssen wir hin? Äh, äh, 590 Meter in die Richtung. Die Richtung. Weiß ich, das ist aber, glaube ich, eine Insel oder so, ne? Wie kommen wir da hin zu der Insel? Äh. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt die denn? Oder müssen wir irgendwo weiter nach oben? Oder ist das der? Kann das sein, dass das der da ist? Der ist es nicht. Äh, äh, Enklave gesperrt. Ein anderer Blickwinkel. Das ist der? Die Puppen ist einfach jetzt mal kurz aus. Wo bist du? Ich habe Markierung gesetzt, da wo ich keine Hümpfe fliege. Zwischen diesen ganzen Säulen hindurch. Machst du noch irgendeine andere Markierung? Ne, ne. Nö. Ich habe keine Ahnung, ob es das ist. Schön, gewöse? Nö, das ist es nicht. Das ist es nicht. Achtung, das gehört hier irgendwie mit dazu. Ach, seid ihr wieder da? Oha. Super. What? Blinden wir sie mal. Zähle sichtbare Zellen in vier Richtungen. Hä? Zähle sichtbare Zellen in vier Richtungen. Ah. Wie soll das denn gehen? Hä? Ich verstehe es nicht. Also der muss ja nicht da gehen. Ah. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe es. Äh. Zwei. Vier. Ah. Okay. Also bei eins ist immer noch am besten. Okay. Man muss ein bisschen rumfregeln, aber es geht. Okay. fertig also okay ich verstehe das mit der 3 nicht so ein bisschen umtesten ich habe das wirklich schwierig okay ich habe es nicht verstanden 246 ach du kacke ok ja hier sind auch dings kipa 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 ok ja zu viele okay der muss bleiben so der hat zwei hat drei in einer reihe okay das ist richtig aber warum wird der rot gezeigt 1234 der ist also weiß der ist schwarz ah okay da soll ich noch mal drauf kommen geht das gar nicht mehr hier ne ich bin schon wieder so bist du schon weiter ich bin schon weiter zunächst von der kleinen insel aus und der kleinen insel aus ja bei mir ist aber noch zu ja musst du rausgehen und freischalten nein ich komme wieder zurück ich kann nicht freischalten oder doch da okay doch okay fünf verzweifeln sie an er wollte das scheiß ding nicht annehmen drückt da wie eine ölle drauf und dann so war okay bei dem da steige ich noch nicht ganz durch zwei vier fünf sechs eins ja Hä? So, was brauchen wir hier? Erlöse, Logiklaster, 16 Stück. Erklimme die Höhengewölbe. Vier versteckte Ringe. Drei Himmels-Tropfen, löse alle versteckten Grin-Nets. Ah, ah, warte, warte, warte. Ah, jetzt habe ich es. Ein bisschen wie Sudoku. Bloß ohne Zahlen. Ach du Kacke. Zwei, vier, zwei, vier. Ja, aber der muss ja. Ah, okay. Der muss aber da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Den haben wir schon mal. Sechs, äh, zwei, vier, sechs. Super. Das hatten wir schon. So. Okay. so der muss haben vier also drei in die richtung 146 die sind alle relativ da muss der hier aber schwarz und der schwarz der muss überall schwarz ok 24 denn ist der gut was ist denn mit denen hier noch 1234 das müssen das geht aber nicht der muss ja das ist das ist das ist okay so hatte ich den fehler noch ein rätsel und jetzt mit denen schon mal machen da oben ein, zwei, drei, vier ah, ein Ring da oben ist auch noch einer da ist auch noch einer da ist noch einer zwei, drei, vier, fünf ach, da ist auch noch eine muss ja dann nur da ja, da sagt mir das also das heißt hier muss ein weißer hin, da muss schwarz und da muss schwarz das geht aber auch nicht ah, so witzig war so okay so schwarz und da müssen schwarz so richtig das ist zu viel der muss aber also muss der der ist dann aber wieder zu viel der muss schwarz und der muss so geht's machen wir den hier den hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ah so so oh oh ich bin der drei ok wie das denn jetzt hier am besten geschissen der muss ja schon dahin er musste er aber noch da 123 das ist hier müsste er der ja nach unten also obendrauf weiß noch eins wo wir sind schon bei 26 alles klar leute wir sehen uns in der nächsten folge